... natürlich in der Rückwärtsbewegung. Und das ist der Ausgleich und der zählt jetzt und es ist... Quilitaia oder Maximilian Hoffmann. Waren beide am Weg nach oben. Ich nehme an, der Georgi, ja der lässt sich richtig feiern. Das war dann auch nicht gut verteidigt. Nächste Minute, schauen wir noch einmal. Es ist Quilitaia, siebenhandelt, kommt heraus und da ist dann der Tormann nicht unbeteiligt. Georgi Quilitaia mit dem Ausgleich für Rapid. Ein drittes Tor in diesem...